Herzlich willkommen zum Webinar Projektmanagement oder Hype. Mein Name ist Michael Taube. Ich bin Geschäftsführer der Deutschen Projektakademie und darf Sie in den nächsten Minuten zu diesem Thema etwas aufklären. Ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht unbedingt schon Projektmanagement Experte sind. Deswegen werden wir am Anfang erst mal klären, was ist ein Projekt? Wie führe ich ein Projekt durch? Und was kostet ein Projekt? Und dann am Ende dieses Vorertrages die Frage Projektmanagement Hype oder Notwendigkeit entscheiden zu können. Warum beschäftigen wir uns heutzutage überhaupt mit Projekten? Sie kennen sicherlich aus der Werbung oder woanders her die Problematik, alles ist heutzutage ein Projekt. Projekt und Projektmanagement ist in aller Munde. Sie sehen selbst hier Anzeigen von Baumärkten, da heißt es, mach dein Projekt oder ähnliches. Allerdings, und das ist die Problematik daran, die Menschen wissen gar nicht so genau, worüber sie reden. Auch in anderen Bereichen wird das Wort Projekt sehr inflationös benutzt. Zum Beispiel und das ganz allgemein in Anzeigen für Stellen. Insbesondere bei Anzeigen für neue Jobs wird der Begriff Projekt oder Projektmanagement sehr, sehr häufig benutzt. Obwohl keiner ganz genau weiß, was ist eigentlich damit gemeint. Denn wenn Sie die Anzeigen weiterlesen, dann müssen Sie auch MS Office Erfahrung mit haben. Und das ist sicherlich nichts, was ein Projektleiter oder ein Projektmitarbeiter quasi als Grundvoraussetzung braucht, sondern das bringt im Grunde jeder mit. Also ist es sinnvoll, sich zu beschäftigen, was ist ein Projekt? Wir benutzen hier die Projektdefinition nach IPMA. Der IPMA ist der internationale Verband von Projektmanagern und der Deutsche Landesverband, heißt GPM, die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement. Die IPMA definiert ein Projekt folgendermaßen. Ein Projekt muss neu oder neuartig sein. Das bedeutet, Sie stehen vor einer Aufgabe, die Sie zum ersten Mal machen. Sie wissen im Grunde nicht, wie Sie diese Aufgabe zu beginnen haben. Geschweige denn, wie die Aufgabe zu Ende geführt werden soll. Wichtig ist, dass aber diese Aufgabe zeitlich befristet ist. Denn nur wenn Sie wissen, wann Sie fertig sein müssen, werden Sie auch darauf hinarbeiten. Klar definiertes Ziel. Sie müssen genau wissen, und das von Anfang an, was sollen Sie eigentlich erledigen. Ganz viele Projekte scheitern deswegen, weil man am Anfang gar nicht weiß, was zu machen ist, also tut man irgendetwas, das hinterher aber keinem gefällt. Das wollen wir vermeiden. Denn heutzutage haben wir beschränkte Ressourcen. Zeit haben wir eben drüber gesprochen, aber auch Geld ist eine beschränkte Ressource, denn wir bekommen nur eine bestimmte Menge an Geld zur Verfügung gestellt. Aber auch unsere Mitarbeiter oder Sachmittel sind beschränkt. Wir können nicht jeden Mitarbeiter jedes Sachmittel zu jeder Zeit verplanen bzw. im Projekt einsetzen. Und jedes Projekt und jedes Projekt braucht ein eigenes Budget. Sie müssen von Anfang an wissen, wie viel Geld, welche Geldmenge Ihnen zur Verfügung steht. Projekte, in denen es heißt, na plan mal und wir gucken denn schon mal, können nicht funktionieren, weil Sie dann völlig unterschiedlichen Einsatz von Ressourcen zum Beispiel haben. Entweder Sie benutzen goldene Wasserhähne oder eiserne Wasserhähne, das ist eine Frage des Budgets. Und vielleicht nachher auch eine Frage, was die Leute in ihrem Projekt eigentlich haben möchten. Wir sagten eben schon, der Weg zum Ziel ist unbekannt. Wir wissen also nicht, wie wir das Projekt abarbeiten müssen. Wenn wir das nicht wissen, werden wir dieses Projekt auch in unserer normalen Linienorganisation nicht abarbeiten können. Deswegen brauchen wir Menschen, die über mehrere Organisationseinheiten, also Linien für uns arbeiten. Das heißt, wir stellen ein Team zusammen, das mir als Projektleiter, als Projektleiterin helfen wird, dieses Projekt durchzuführen. Damit die Sachkompetenz, die Leistungskompetenz, aber auch Methode, Personalkompetenzen dieser Menschen mit eingefügt werden können. Wenn wir dies alles festgestellt haben und damit festgestellt haben, dass wir ein Projekt haben, auch dann brauchen wir erst Projektmanagement. Projektmanagement bedeutet das Planen und Steuern eines Projektes. Und dass das Planen und Steuern eines Projektes Geld kostet, kann man sich ja vorstellen, weil das ist wertige Arbeit. Leute sitzen da, machen sich Gedanken, machen Pläne und so weiter und überprüfen nachher bei der Umsetzung in der Facharbeit, ob eben halt diese Pläne auch erfüllt werden. Das kostet Geld. Ein kleiner Ausritt in den Themen, ein kleiner Ausritt in das Themenumfeld agiles Projekt. Gibt es agiles Projektmanagement? Wird ganz häufig heutzutage auch noch erwähnt. Dem Projektmanagement selber muss ja alles heutzutage irgendwie agil sein. Also gibt es agile Projekte? Nein, es gibt keine agilen Projekte. Aber es gibt besondere Vorgehensmodelle oder Arbeitsmethoden, die man unter dem Begriff Agil oder Agilität zusammenfassen kann. Zum Beispiel Scrum. Ganz häufig hört man Scrum als das Allheilmittel für alles. Scrum ist ein Vorgehensmodell zur Erstellung von Software. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber das muss man verstehen. Eine Arbeitsmethode ist zum Beispiel die Benutzung eines Kanban-Boards oder Stand-Up-Meetings. Das sind aber einzelne Ausschnitte, die viel stärker noch einzeln zusammengeschnitten werden müssen, wenn man sich mit Projekten beschäftigen möchte. Wir sind aber hier eher im klassischen Projektmanagement-Umfeld. Also wir wissen, das haben wir eben gesagt, von Anfang an was zu tun ist. Das ist in anderen Projekten wie in Softwareprojekten häufig nicht der Fall. Dementsprechend hier eher klassisches Projektmanagement. Deswegen auch IPMA GPM, weil die ein sehr generisches Projektmanagement-System zusammengebaut haben, in denen alle Komponenten für ein gutes Projekt zusammengeführt werden. Insbesondere aber haben sie einen Plan geschaffen, wie man Projekte durchführt. Sie sehen hier auf der Folie gibt es unterschiedliche Projekte, Investitionsprojekte, Innovationsprojekte, Organisationsprojekte. Die können auch ganz anders heißen. Das ist im Prinzip egal. Sie zeigen nur in etwa an, was wir in diesen Projekten machen. Dementsprechend wird auch die Arbeit in den Projekten sehr unterschiedlich konzipiert sein. Was Sie hier sehen allerdings, ist immer Facharbeit. Wir machen uns ganz viele Gedanken darüber, wie wir die Facharbeit zu strukturieren haben. Was natürlich auch gut ist. Aber wir gucken ja jetzt auf dieses ganze Thema aus Sicht von Projekt und Projektmanagement. Was hier in diesen Auflistung fehlt, ist die Projektmanagement-Arbeit. Und das ist die eigentliche Arbeit eines Projektleiters, einer Projektleiterin mit seinem Team. Die machen keine Facharbeit. Sie organisieren die zwar und lassen sich auch helfen, wenn sie etwas nicht wissen sollten. Aber sie machen selber keine Facharbeit. Zumindest nicht in der Rolle des Projektleiters. Damit es aber trotzdem funktioniert, weil der Projektleiter als solches nicht unbedingt über die Fachvorgänger Ahnung haben muss, bekommt er einen roten Fahnen im Projektmanagement in die Hand. Mit diesem roten Fahnen kann der Projektleiter, die Projektleiterin sich ein Projekt erarbeiten, also planen und dann auch Aufgaben erfüllen, wenn in der Fachumsetzung des Projektes Probleme entstehen sollten. Dieser rote Fahnen des Projektmanagements geht auf die DIN 69901 zurück. Dort ist definiert worden, wie man Projekte abarbeitet. Und da steht drin, dass man Projekte in Phasen abarbeitet. Phasen sind Abschnitte eines Projektes, das sich zeitlich und inhaltlich voneinander unterscheiden. Dementsprechend sehen Sie hier auch fünf Phasen, die sequenziell abzuarbeiten sind. Die erste Phase, die Initialisierungsphase, ist eine vorprojektliche Phase, also eigentlich eine Phase, bevor das Projekt quasi losläuft. Hier kann man schon sehr viele Dinge anarbeiten, die man nachher im Projekt braucht. Aber bitte unterscheiden Sie zwischen groben Zielen, Budget und Zeit zum Beispiel und nachher geplanten Zahlen. In der Initialisierungsphase stellen wir überhaupt erstmal fest, haben wir ein Projekt. Das kann passieren, indem wir einen internen Vorschlag benutzen wollen und umsetzen wollen oder aber indem wir einen Vertrag mit einem Kunden haben. Und ein Vertrag mit einem Kunden ist noch lange kein Projekt. Stellen Sie sich bitte folgendes vor, Sie machen mit einem Kunden ein Projekt über eine Million Euro Umsatz. Dann können Sie sicherlich diese eine Million Euro nicht ausgeben in Ihrem Projekt. Sie dürfen keine Millionen Kosten haben. Warum nicht? Weil Sie ja dann keinen Gewinn hätten. Also muss zum Beispiel das Budget für das Projekt irgendwo niedriger als eine Million sein. Das ist pure Betriebswirtschaft. Ich weiß, die meisten Menschen haben davon keine Ahnung und deswegen sieht es häufig in der Praxis so aus, dass man sagt, ja wir haben hier ein Millionen Projekt vom Kunden und er denkt, wir können diese Millionen ausgeben. Gleiches gilt für die Zeit. Der Kunde möchte bis zum 31.12. dieses Jahres sein Produkt ausgeliefert haben. Das bedeutet noch lange nicht, dass das Projekt auch am 31.12. zu Ende ist, denn wir haben, wir kommen gleich dazu, nach der Auslieferung eines Projektes noch Dinge, die wir innerhalb des Projektes machen müssen. Also auch hier ist ein Unterschied zwischen Auslieferungstermin und Länge des Projektes. Alle diese Dinge werden in der Initialisierungsphase bestimmt. Man überlegt sich eben halt, was muss man für den Kunden tun meinetwegen? Was bekomme ich dafür Geld für? Wie lange soll das auf der Seite dauern? Welche Gründe gibt es möglicherweise, warum wir das machen? Schreibt das alles zusammen. Je mehr wir zusammenschreiben, desto besser können wir das Projekt eröffnen. Dann gibt es einen sogenannten Projektauftrag. Dort stehen die wichtigsten Informationen drin. Und dann gibt es einen Projektbeauftragter, nämlich derjenige, der das Projekt haben möchte und ein Projektleiter, derjenige, der das Projekt organisieren soll, managen soll, nicht Facharbeit machen soll. Auch das ist immer sehr gefährlich. Wer wird heute Projektleiter? Häufig die Leute, die durch Facharbeit sich hervorgetan haben. Die haben aber zum Thema Projekte mal überhaupt keine Ahnung. Also bitte gefährlich aufpassen. Sie brauchen Projektmanagement-Know-how, um Projekte machen zu können. Gehen wir durch die Phasen des Projektes durch. Definition, Planung, Steuerung und Abschlussphase. Als erstes die Definitionsphase. Wir wissen also, wir haben jetzt ein Projekt und müssen uns mit einigen Dingen schon mal beschäftigen, bevor wir überhaupt planen können. Zum Beispiel müssen wir uns damit beschäftigen, welche Menschen sind am Projekt beteiligt. Denn diese Menschen haben unterschiedliche Interessen am Projekt. Der eine findet vor allem die Technik interessant. Manche Stakeholder finden vor allem die Technik interessant. Andere Stakeholder finden die Kommunikation interessant. Und dritte Stakeholder haben völlig unterschiedliche Interessen. Nehmen Sie nur ein Beispiel. Sind Sie alleinerziehend, müssen Ihre Kinder abholen aus der Kita, immer um 16 Uhr. Dann können Sie nicht bis 17 Uhr arbeiten. Auch das ist etwas, das ein Projekt behindern könnte. Worauf ich aber als Projekt sehr leicht reagieren kann, wenn ich das weiß. Also müssen wir, wir nennen das Stakeholder-Management, uns um die Menschen, um die Stakeholder im Projekt kümmern. Daraus entstehen Maßnahmen. Diese Maßnahmen kosten Geld. Diese Maßnahmen müssen bearbeitet werden. Gleiches gilt für das Risikomanagement. Wir überlegen uns, welche Risiken könnten im Projekt auf uns zukommen und wie können wir reagieren. Auch die Reaktion, also die Maßnahmen oder Gegenmaßnahmen, gegen Risiken, Kosten, Geld. Das alles arbeiten wir zusammen. Ich übergehe den einen oder anderen Punkt hier, ob der Kürze. Und wir machen ein Zielsystem daraus. Also bestimmte Ziele des Projektes, die dann ganz häufig über den rein technischen Aspekt eines Projektes hinausgehen. Zum Abschluss der Definitionsphase machen wir uns einen sogenannten Phasenplan. Nämlich den Plan mittels Phasen, so wie wir ihn gerade gesehen haben oder wie wir ihn hier auf dem Bildschirm sehen, nur eben teilt mit den Phasen unseres Projektes. Aber auch hier bitte nicht vergessen, dass Definition und Planungsphase als Projektmanagementphase auch im Phasenplan mit vorkommen müssen, weil wir, wenn wir gleich sehen, auf den Phasenplan basierend weiterarbeiten werden. Wenn wir also hier etwas vergessen, vergessen wir das Ganze in der Planung bzw. in der Planungsphase. Denn als erstes in der Planungsphase machen wir den Projektstrukturplan. Der Projektstrukturplan ist die Sammlung sämtlicher Tätigkeiten im Projekt. Das heißt, alles das, was ich vorneweg erarbeitet habe und das ja im Grunde nichts mit der Erstellung des Projektgegenstandes zu tun hat, muss in den Projektstrukturplan mit eingefügt werden, inklusive Projektmanagement. Denn der Projektstrukturplan ist die Mutter aller Pläne. Das, was ich jetzt hier hinterher plane und das Sie möglicherweise als Projektmanagement bisher verstanden haben oder Projektplanung, basiert auf dem Projektstrukturplan. Also hier kommen sämtliche Tätigkeiten rein, die ich für das Projekt brauche. Fachliche wie begleitende Tätigkeiten. Aufgrund des Projektstrukturplanes kann ich mir Überlegungen machen, wie der Ablauf meines Projektes sein muss. Wir benutzen dazu auch heute noch die relativ alte Netzplantechnik. Eine relativ abstrakte Technik, die uns aber hilft, die logische Reihenfolge unseres Projektes zu verstehen. Wir durchschauen unser Projekt. Wir verstehen, welche Arbeiten zuerst und welche Arbeiten später gemacht werden können. Wir überlegen uns, muss ich das und das tatsächlich jetzt schon tun, damit darauf folgend irgendwas Neues passiert oder kann ich nicht eventuell beides parallel machen, was am Ende das Projekt zum Beispiel verschnellt. Kenne ich die logische Reihenfolge, kann ich Einsatzmittel dazu planen. Wir haben Personale Ressourcen, also Menschen und wir haben Sachressourcen. Beide stehen nicht zur Verfügung zu jeder Zeit, also müssen die beplant werden. Dann können wir mittels dem sogenannten Gantt-Diagramm eine Terminplanung machen. Warum kommt die Terminplanung erst zu spät? Das, was wir als erstes machen, wenn wir ein Projekt vor die Nase bekommen, ist, wir überlegen uns, wann wir Urlaub haben oder wann Weihnachten ist. Das ist eine Überlegung, die nicht notwendig ist, wenn wir gar nicht mit unserer Projektlaufzeit in die Weihnachtszeit reinfallen. Also wir würden ineffizient arbeiten, wir würden Geld rausschmeißen. Deswegen versucht man hier die Terminplanung sehr weit am Ende der Planungsphase zu etablieren. Wenn Sie mit Project arbeiten, also MS Project insbesondere arbeiten, haben Sie als normale Ansicht die Gantt-Ansicht, also ein Balkendiagramm, in dem die Termine der einzelnen Arbeitspakete, einzelnen Arbeitsabläufe zu sehen ist. Damit machen Sie immer automatisch Terminplanung. Das muss nicht unbedingt sein. Meines Erachtens macht das MS Project auch völlig falsch. Leider ist es so, dass in den Unternehmen Project eingekauft wird und man glaubt, man hat damit Projektmanagement eingekauft. Das ist nicht so, sondern Sie müssen diese strukturierte Arbeit machen. Deswegen die Terminplanung relativ weit am Ende des Planungszeitraums. Wenn wir die Daten alle zusammengeschrieben haben, haben wir im Prinzip auch unsere Kostenplanung. Denn durch die Einsatzmittelplanung bekommen wir natürlich auch die Kosten der einzelnen Einsatzmittel. Müssen die nur noch zusammenschreiben und dann haben wir auch die Kosten des Projektes. Bitte vergessen Sie bei der Kostenplanung nicht, auch EDA-Kosten mit einzurechnen. EDA-Kosten, kennen Sie vielleicht, sind ja eh da. Also der eine Mensch ist doch eh da. Warum soll ich den jetzt noch in die Kosten mit einrechnen? Der Raum steht doch sonst leer. Warum sind das Kosten für das Projekt? Diese Dinge gehören aber hier mit rein, um die Gesamtkosten des Projektes herauszubekommen und sie dann mit dem Budget, mit dem zur Verfügung gestellten Geld zu vergleichen. Das kann nämlich durchaus variieren. Am Anfang oder vor dem Projekt in der Initialisierungsphase hat man gesagt, ja, das Projekt ist mir 500.000 Euro wert. Also Budget von 500.000. Wir stellen jetzt aber fest, dass wir kalkuliert und wir kalkulieren sauber, betriebswirtschaftlich sauber, ehrlich, klar, wahr und offen, stellen fest, wir haben Kosten von 600.000 Euro. Das ist eine Lücke von 100.000. Die kriegen wir nicht weg. Ob ich die jetzt geheim halte oder nicht und versuche bis nach hinten hinten durch und ich würde ja noch was einsparen und so. Funktioniert alles nicht. Wir müssen uns diese Kosten vom Projektbeauftrager genehmigen lassen, also einen sogenannten Nachtrag stellen, damit wir eben halt über 600.000 Euro auch tatsächlich verfügen können. Wenn dieser ganze Planungszeitraum beendet ist, dann dürfen wir anfangen Facharbeit zu machen. Nach DIN heißt dieser Vorgang Steuerungsphase, weil der Begriff kommt aus der Sicht des Projektleiters. Der Projektleiter steuert jetzt die Facharbeit. Er soll ja nicht selber Facharbeit machen. Wenn er Zeit hat, darf er das selbstverständlich gerne mitmachen, aber nicht als Projektleiter, dann ist er eben halt Fachmensch. Die Aufgaben des Projektleiters oder der Projektleiterin natürlich in dieser Zeit ist es, zu kontrollen, zu steuern, nicht kontrollieren, steuern ist der bessere Begriff, das Projekt zu steuern. Also zu gucken, welche Abweichung gibt es möglicherweise, welche Auswirkungen haben diese Abweichung auf Zeit und Geld in meinem Projekt oder auf andere Gegebenheiten und dann entsprechend dort nacharbeiten. Das ist relativ einfach. Wenn ich gut geplant habe, kann ich diese Aufgabe relativ einfach machen. Die andere Aufgabe, die sich dem Projektleiter oder der Projektleiterin stellt, ist das Managen von Änderungen. In jedem Projekt gibt es Änderungen. Auch im klassischen Projekt, wo ich eigentlich denke, ich weiß, was ich tue vorneweg, kommt irgendjemand und sagt, wir hätten gerne noch Änderungen. Das Problem ist, nicht so sehr die Änderungen einzubauen. Das Problem ist, dass Änderungen relativ teuer sind, weil wir ja im Grunde das aus einer Definition und Planungsphase getan haben, nochmal wiederholen müssen, weil jede Änderung wirkt sich auf Risiken, auf Menschen aus, auf Planungen. Wie auch immer, irgendwann ist der Projektgegenstand, also das, was wir im Projekt erstellen wollen, fertig. Das ist dann das Ende der Steuerungsphase. Wir übergeben den Projektgegenstand in der Abschlussphase und haben dann noch einige Projektmanagement-Tätigkeiten zu tun. Das Wichtigste in der Abschlussphase ist es, aus dem Projekt zu lernen. Was war gut? Was war schlecht? Was wollen wir garantiert beim nächsten Mal nicht wieder machen? Ein großer Fehler, den wir begehen, ist, dass wir ständig unsere Fehler wiederholen. Das muss nicht sein. Es gibt genug Fehler, die wir neu machen können. Aber bitte nicht den Fehler, den wir hier schon mal gemacht haben, weitertragen. Dementsprechend müssen wir uns das sowohl sachlich als auch sozial ansehen. Es gibt nämlich auch Fehler, zum Beispiel in der Kommunikation, im Umgang miteinander und Ähnliches, in dem Abhalten von Meetings. Also müssen wir diese Dinge genau beobachten, aufschreiben, daraus lernen. Und irgendwann ist dann unser Projekt fertig. Wir sehen, dass das Fertig des Projektes möglicherweise Wochen nach der Übergabe des Projektgegenstandes sein könnte. Das habe ich vorhin gesagt und Ihnen schon ein bisschen gezeigt. Das ist der rote Fahnen im Projektmanagement. Der klassische rote Fahnen für die normalen, für die klassischen Projekte. Kleiner Blick, damit Sie auch das mal gesehen haben, auf einen Scrum-Projektplan. Manche Begriffe sind hier ganz ähnlich. Kundenauftrag, Projektumfeld, aber viele andere Dinge sind völlig anders, weil hier wird beschrieben, wie man Software erstellt. Und das auch nicht klassisch. Ich habe hier ein Vorgehensmodell der IAPM, einem anderen Projektmanagementverband, gewählt, der nicht nur das klassische Scrum hier in der Mitte aufzeichnet, sondern eben teilt vorneweg und hinten dran noch Dinge mit einfügt, die über Scrum hinausgehen. Denn Scrum ist eben nur ein Ausschnitt eines Projektes. Wer sich damit beschäftigen möchte mit Scrum, sicherlich ein sehr spannendes, sehr interessantes Thema, kann sich gerne bei mir melden. Gucken wir uns dann in Ruhe an. Nachdem wir jetzt wissen, wie ein Projekt abläuft, was ein Projekt ist, fragen wir uns natürlich, denn die Frage ist ja immer noch, brauchen wir Projektmanagement? Was kostet mich ein Projekt? Und da will ich als erstes gar nicht so sehr auf das Thema Geld eingehen, sondern auf das Thema Einstellungen. Grundsätzlich haben wir immer Geld, so sagt man im Projektmanagement, um unsere Fehler nachher irgendwie auszugleichen. Wir haben aber nie Geld, um irgendwas vernünftig zu planen. Also wir müssen erstmal an unserer Einstellung arbeiten. Der Wille muss da sein, dass wir im Projekt Geld ausgeben und zwar frühzeitig, ist Ihnen eventuell bewusst, dass man 10 bis 15 Prozent des gesamten Projektbudgets beim Projektmanagement mit ausgibt und natürlich davon einen ziemlich großen Teil in der Definition in der Planungsphase. Also man muss gewillt sein, da vorneweg etwas tun zu lassen und das auch zu bezahlen. Der Projektbeauftrager muss gewillt sein, konsequent mitzuarbeiten. Heutzutage wird ganz häufig der Projektauftrag irgendwie auf den Schreibtisch geschmissen und dann ist der Projektbeauftrager weg und nach sechs Monaten kommt er wieder und weiß, dass alles schlecht gewesen ist. Hat er vermutlich sogar recht, aber auch er hat Aufgaben während dieser sechs Monate. Denn der Projektleiter muss sich mit dem Projektbeauftragter häufig besprechen. Ein Projektleiter weiß nicht alles. Der braucht Informationen, der braucht Input auch vom Projektbeauftragter. Das gleiche gilt eben halt auch für das Projektteam. Der Projektleiter selber wird nicht ein Projekt alleine planen können. Da fehlt Ihnen sozusagen die Gesamtkompetenz, um so ein Projekt vernünftig zu beplanen. Dafür hat er bei der IPMA heißt das das Kernteam, also ein paar Mitarbeiter, die ihn dabei unterstützen. Die müssen aber auch die ganze Zeit dafür freigestellt sein. Nicht zu 100 Prozent, um Gottes Willen, das nicht. Aber eben halt zu den Zeiten und zu den Mengen, die auch tatsächlich gebraucht werden, um dieses Projekt vernünftig zu planen und zu steuern. Und schlussendlich muss man sich einer Projektmanagement-Methode unterwerfen. Bei Scrum, da höre ich ganz häufig bei den Kunden, ja wir machen schon ein bisschen Scrum. Da muss ich leider immer fragen, gibt es denn auch ein bisschen schwanger? Eine Methode durchzuführen bedeutet, ich unterwerfe mich der Methode. Denn Projektmanagement ist Best Practice. Das haben Leute, die viel mehr Erfahrung haben als wir, herausbekommen, wie man das Ganze vernünftig abarbeitet und haben ein System draus gemacht. Mir soll es egal sein, welches System Sie benutzen. Das von der GPM, das von der IAPM, PRINCE2, meint wem, PMI, was auch immer. Aber unterwerfen Sie sich der Methode und führen Sie diese Methode durch. Irgendwann, wenn Sie richtig gut sind, so nach 20 Jahren, können Sie anfangen, die Methode auseinanderzunehmen und sich dann zu überlegen, welche Teilstücke möchte ich gerne selber machen. Aber bis dahin, bitte unterwerfen Sie sich der Methode. Das gilt vor allem aber auch eben halt für den Projektbeauftragter, der irgendwann ankommen wird und sagen wird, komm, nun musst du aber auch mal langsam was tun. Auch er muss sich einem Projektmanagement-Methode unterwerfen. Fragen wir uns, was brauchen wir eigentlich, um Projektmanagement zu machen? Schön wäre es, wenn Sie einen Projektleiter haben. Das kann ein interner Projektleiter sein oder ein externer. Das ist da völlig egal. Interessant ist, dass er einmalig, mindestens einmalig bewiesen hat, dass er eine Projektmanagement-Methode kennt, das ist nämlich die Zertifizierung und dass er Erfahrung mitbringt. Erfahrung ist viel häufiger, viel wichtiger, als einen Zettel in der Hand zu haben. Wir leben aber in Deutschland, wir brauchen für alle Zertifikate, aber eigentlich ist Erfahrung viel, viel spannender. Und wir brauchen das Projektteam. Das Projektteam braucht Zeit. Es muss, wenn es für 20 Prozent verplant ist, dann kann es eben halt nur noch 80 Prozent in der Linie arbeiten, weil so 20 Prozent es im Projekt arbeitet. Das ist wertige Arbeit, die kann nicht einfach umgeschichtet werden. Wenn ich nämlich auf einmal weniger arbeite, dann geht irgendwas nicht so schnell voran, wie es vorher geplant hat, was auch nicht gut ist. Und, ich erwähnte es eben schon, Projektmanagement kostet Geld. Rund 10 bis 15 Prozent muss man im Ansatz haben. 15 Prozent bei kleineren Projekten, weil man eben sämtliche Schritte durcharbeiten muss. Das wirkt sich etwas stärker auf das Budget aus. In großen Projekten 10 Prozent. Aber drunter, da dürfen Sie von ausgehen, kommen Sie nicht. So, meine Damen und Herren, das war ein leichter Einblick in das Thema Projektmanagement. Kurz und knapp, das sehe ich ein, das verstehe ich auch. Aber Sie sollen zumindest jetzt eine Grundlage haben, um entscheiden zu können, Projektmanagement, Hype oder Notwendigkeit. Das ist ja die Frage dieses Vortrages. Also, was haben wir gelernt? Was ist ein Projekt? Ganz wichtig hier, Projekte sind irgendwie beschränkt im Sinne von, wir haben nicht genug Geld, wir haben nicht genug Zeit, nicht die richtigen Leute am richtigen Platz. Also, wir müssen sehr stark planen. Sie haben gesehen, wie man ein Projekt zumindest nach einer Vorlage abarbeitet, die aber eben halt relativ gut ist, weil sie vom Dienen kommt und damit auch relativ durchdacht ist. Und wir haben etwas zum Thema Einstellung und Kosten gehört. Selbstverständlich werden Sie verstehen, wenn ich jetzt sage, Projektmanagement, natürlich ist es notwendig. Es ist kein Hype. Ein Hype ist im Moment das Thema Agilität. Jeder spricht davon, die wenigsten haben davon Ahnung. Das liegt ein bisschen daran, dass eben halt Agilität erst 20 Jahre betrieben wird. Klassisches Projektmanagement gibt es schon seit 70 Jahren. Das ist einfach schon mit einem höheren Bestand. Aber Projektmanagement, egal ob es klassisch oder agil ist oder später noch Hybrid oder DevOps ist oder wie Sie das alles nennen möchten, ist meines Erachtens eine Notwendigkeit. Ich garantiere Ihnen, dass wenn Sie für 10.000 Euro planen und steuern, Sie hinten 50.000 Euro sparen, weil Sie nicht so viele Fehler machen. Und das bekommen Sie nur, indem Sie Projektmanagement konsequent durchsetzen. Meine Damen und Herren, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war das Webinar Projektmanagement Hype oder Notwendigkeit. Mein Name ist Michael Taube von der Deutschen Projektakademie. Wenn Sie mich erreichen wollen, machen Sie das gerne unter info at deutsche-projekt-akademie.de Ich freue mich über jede mehr oder hinterlassen Sie einfach einen Kommentar. Vielen Dank und auf Wiedersehen.